Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Raft. Ich habe gerade ein paar Planken geerntet und leider nur einen... Was ist mit dir? ...und leider nur einen Sämling bekommen. Heuli, heul, heul. Ich kann den Haifisch gerade nicht killen, weil ich nichts habe. Ich bin arm wie eine Kirchenmaus, ich habe nichts. So, äh, Speer wollte ich bauen. Seil, Metallbahn und Dingens habe ich jetzt, äh, falsch, hier unten drin. Einen Bahren, einen Bolzen. So, jetzt müsste ich wieder... Zwei Bahren, okay, zwei Bahren. So, jetzt haben wir wieder einen tollen Speer, Gott sei Danki. So, ja, ich trinke hier schon, meine Güte, du durstleidendes Ding. So, sauf die an, echt. Geht ja. So, jetzt hat sie keinen Durst mehr, Gott sei Dank. Also, wie gesagt, hier unten möchte ich gerne dann mal ein Stellchen machen. Auch so schön hier, also wenn der Boden einmal ganz voll ist mit diesen Metalldingen, das wäre mir ganz lieb. Da werde ich auch hier schon mal den Stall dementsprechend versuchen auszubauen. Dass man hier dann vielleicht die Wand, dass ich hier die Wand noch zumache, bis hier oder da und hier dann die Tür und so. Das alles kommt dann rauf. Und dass hier dann quasi alles ein Stall wird, ne? Da vorne dann, wo wir hier die Dinger haben, dass ich dann eine Wiese mache. Zwar gehört das weg eigentlich. Das gehört eigentlich sowieso getauscht. Normalerweise gehören diese Pflanzkisten da ganz nach vorn. Das werden wir dann auch bauen, wenn ich das alles mal hier fixiert habe. Dass man quasi hier vielleicht schon für die Tiere eine Abgrenzung hat und davor dann eben Wiese. Soll dann ganz schön werden. Die Betonung liegt auf Saul. Mal schauen, ob es mir gelingen tut. Ich hoffe sehr. Ja, dann können wir als Menschen noch hier herumlaufen, ne? Also ich möchte gerne die Wand hier vor dem Netz ziehen. Hier so, ne? Da, dann hier, vielleicht hier ein Dürdel, ne? Ihr wisst schon, wie ich meine. Ja, das ist mal so mein gröbster, grob Plan. Das war deutsch. Ja. Bin ich mir sicher. Gut, das ist mein Plan. Für die Zukunft. So, wir haben jetzt, was wollte ich machen? Ich wollte noch einmal schnell hier ins Wasser hüpfen. Und die restlichen Dinger holen, so wie das hier zum Beispiel, ne? Wollten wir aber auch schon wieder ein Häkelchen hier bauen. Geht aber nicht, weil mir Schrott fehlt. Logisch. Ja. Das heißt, ich muss, ist hier noch der Haifischköder intakt? Ich glaube nicht. Das heißt, wir hauen hier gleich den nächsten rein, damit wir Ruhe haben. Damit ich hier noch in aller Herrgottsruhe versuchen kann, ein bisschen Schrott noch zu sammeln, wenn es hier noch sowas gibt. Wird es jetzt hell oder dunkel? Ich schaue mal, ob ich mich hinlegen kann. Super. Ja, es ist dunkel. So. Passt. Der Hai ist gerade beschäftigt. Das freut mich. Ich bin auch gleich beschäftigt. So, das nehmen wir mit und das nehmen wir mit. Und dann sollte es hier noch irgendwo da, glaube ich, Luft holen. So. Hier soll es noch was geben. Genau. Schrott vor allem. Lehm. Oh. Ein Erzelein. Ach, wie fein. Da gibt es ein Erzelein. So, den ganzen Sand und die Steine nehmen wir alles mit. Na? Aha, jetzt ist er schon kaputt. Ich, ich habe es befürchtet. Ich gehe mal zurück aufs Flößchen. Ich habe es befürchtet. Aber ich glaube, da war so eh nichts mehr jetzt davon wert. Upa. Glaube ich. Das Billighäkchen können wir uns bauen. Habe ich aber keinen Bock zu. Ich möchte gerne schon den haben. Aber mir fehlt halt der Schrott. Aber ich glaube sowieso, dass wir abhauen können. Das heißt, ich werde jetzt den Haifisch mal pieksen. Aha, da ist schon ein Fischkörder zerstört. Passt. Hoi. Und werde jetzt mal den Anker lichten. Eigentlich gehört das Segel hierher. So. Wir hauen hier ab. Boah, das war jetzt mit Schwung. Wir hauen hier ab. Normal gehört das Segel hierhin. Ich glaube, das werde ich auch bauen. Der Hammer. Ich brauche hiervon. Ich tue es mal da hin. So. Dass das Segel hier stehen kann. Das heißt jetzt aber auch, dass ich das da brauchen tue. Dass ich das brauche. Und die Bahnen. Ich habe gerade keinen Platz. Wer hätte das gedacht, ne? So. Und tun wir den Sand weg. Und den Ton. Nur für kurze Zeit. Und dann nehmen wir wieder den Pedalbahn. den Pedalbahn. Verstehst du? Und machen hier schon mal. Jetzt habe ich keine Nägel mehr. Macht aber nichts. Ich baue mir noch schnell welche mit dem bisschen Schrott, das ich habe. So. Zack. Und hier möchte ich gerne das Segel hinhaben. Momentan halt einmal, bis wir eben hier den Stall und so fertig haben. So. Weil, das kann ich ja schon mal problemlos, ne? Vorkochen. Das ist überhaupt kein, überhaupt kein Problem. So. Die Kartoffel. Zack. 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 Und rein damit. So. Kartoffeln haben wir eh so viel. Wir machen mal eine Gemüseparty. Dann passt das schon. So. Zum Wohl, ihr Lieben. So. So. Schmackoschmatz. Und. Die Melone. Fressen wir weg. Das ist ein Haifisch, ne? Mistviech, Elendiges. Zack. Und. Zack. Dann werden wir gleich mal. Beginnen zu reparieren. Ja, jetzt fehlt mir Blanke, ne? Das ist ja logisch. Jetzt fehlt der Blanke da. So, haben wir Blanke? Blanke da. Blanke gut. Blanke da. So. Zack. Jetzt haben wir wieder die alte Farbe. Das werde ich jetzt auch nach und nach machen. Damit ich hier einfach wieder schön habe. Nicht so kunderbunt. Das war nur mal ein Versuch. Aber. Ja. Ist nicht so geworden, wie ich es mir gewünscht habe. Sag ich mal. So. Blanke. Perfekt. Die brauche ich jetzt eh gerade. Zum Heizen. So. Zack, 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 zack. Aha. So viel habe ich noch nicht. Da ist noch eine. Passt. Zack. So, wird hier langsam wieder. So. Jetzt muss ich wieder Ausschau halten dann über... ...eventuell eine neue Insel. Weil Inseln brauchen wir jetzt da zum... ...Schweine füttern. Viel. So. Das heißt, mein Segelchen. Ich hole es jetzt gerade mal. Boah. Ich hole es. Ich hole es. Ich hole es. Ich hole es. Da ist es. Komm mit mit mir. Ähm. Ich möchte es gerne ramponieren. Und den nehme ich auch mit. So. Ach so, habe ich keinen Platz. Logisch. Dann esse ich noch den Fisch schnell weg... ...und dann habe ich Platz. ...und dann habe ich gleich den Anker daneben, ne? Vom Wind her. Ich glaube, das mache ich... ...mach mal hier hin. Glaube ich. So. Und... ...das Segel... ...versuche ich hier hin zu packen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das... ...am besten hinstellen sollte. Vielleicht so. So. Jetzt müssen wir theoretisch schneller vorankommen. Ich werde versuchen, uns... ...in den Müll zu steuern. Und dann hoffen wir mal, dass wir schnell eine Insel finden, ne? So. Gut. Nächstes. Tun wir weiter. Metalle machen. So. Und schön langsam... ...mal umbauen. Wenn wir genügend Planken haben. So. So. Zum Glück habe ich da rundherum schön alles voll mit Netze. Ich muss hier nur regelmäßig... ...ausleeren. Das wird, glaube ich, schön. Ich hoffe halt, dass es schön wird. Aha. Haben wir schon soweit? Was fehlt? Balmblatt. Das brauchen wir ändern. Zum Essen haben wir genug. Passt. Gut. Dann würde ich sagen... ...wir beginnen mit der Renovierung, oder? So. Also. Raus mit der Wand. Raus mit dem Hammer. Und zwar... ...ich hatte hier... ...hmmm... ...ja, ich werde es, glaube ich, hölzern lassen. Normal gehört sie... ...so gebaut, ne? Da muss ich die jetzt auch nochmal rausreißen. Die ist nämlich auch nicht schön. Ich sollte fürs Renovieren vielleicht... ...ähm... ...ist das jetzt schön, oder schirch? So. Ich glaube, ich sollte fürs Renovieren... ...ähm... ...ein Dingsbums wählen. Eine Axt wählen, die... ...kaputt gehen darf, so recht schnell, ne? Also ich würde sagen... ...fürs Renovieren vielleicht sogar die Stein-Axt verwenden. Verpiss dich. Arsch. So. Glück gehabt. Puh. So. Mal lupschen. Vom Bauen her. Ist eine Insel in Sicht? Hallo? Haben wir schon eine Insel in Sicht? Niemals! Okay. Schade. So. Alles mit der Farbe habe ich euch mal gezeigt, ne? Das ist es ja schon... ...allein das ist es ja schon wert. So. Gut. Also. Stein-Axt habe ich jetzt gebaut, glaube ich. Wo ist sie denn? Oder hatte ich keinen Platz und die ist jetzt weggeschmissen worden? Ich bin blind, ich sehe sie gerade nicht. Warte mal. Ich muss Platz machen. Ähm. Mampfi-Mampfi-Mampf. Dingens haben wir da, das haben wir da. Ich glaube, die ist mir gerade abhanden gekommen, kann das sein? Ist wurscht, wir haben noch genügend Steine. Und zwar hier drin. Und wir haben genügend Seile. Also das ist jetzt nicht wirklich ein Verlust. Mal zum Renovieren, ne? Nehme ich die. Hätte ich gedacht. Ja, ne? So. Zack. So, jetzt haben wir wieder schön. So. Äh. Ja, trink mal. So. Dann machen wir jetzt wieder unser schönes Dach hinein. Ach ja, da brauche ich ja. Wand. So. Da will ich mein Fenster noch haben. Da will ich aber das schöne Fenster, da will ich dieses Fenster haben. Genau. Und da oben möchte ich jetzt da mein Dach. Ah, das muss ich auch noch. Oh, mir fehlen Blanken. Ich sehe gerade, das muss ich auch noch kaputt hauen. So. Dann schaut das wieder besser aus. Ich werde mit dem Anstrich dann aufpassen müssen, dass ich dann sage, unten alles die gleiche Farbe, zum Beispiel Rot, ne? Oder so. Mal schauen, ob das besser passt. Dann können wir es schon noch anmalen, aber vielleicht nicht so krass. Und den Teppich hier muss ich noch ein Stück rüber tun. So, Blanken brauchen wir. Mal schauen, was unsere Netze für uns gesammelt. Mal schauen, was unsere Netze für uns gesammelt haben. So. Wie viel Platz? Haben wir noch genug? Kunststoff haben halt wieder mehr als genug. Hier habe ich kein Netze gebaut. Ich äumel. Warum nicht? Muss ich noch nachholen. Zocki. Unfassbar. Also das geht nicht. Haben wir jetzt das Fass noch fangen können? Ich glaube. Okay. Passt. So, jetzt haben wir wieder genug Baumaterial. Dann können wir uns wieder hier ein Dach über den Kopf bauen, bevor... äh, bevor es zu regnen beginnt. So, schön. Jetzt haben wir auch den einen Pfosten da weg. Der hat mir eh nicht gefallen. Ehrlich gesagt. Den möchte ich auch weg haben. Mal schauen, ob es geht. Ah, das geht nicht. Aha, deshalb. Okay. Ich wollte es nur mal probieren. Ist nichts passiert. Nichts passiert. Alles gut. Gut. So, jetzt war es besser wieder. Mhm. Gut. Das kann man lassen, ja. Gut, dann gehört das hier noch renoviert. Das nehme ich auf der falschen Seite. Beziehungsweise, ich will ja einen Stall haben. Ne? Boah, da habe ich viel Arbeit jetzt noch eigentlich. Jetzt überlege ich gerade. Na, das gleich passt schon so. Den müsste ich drehen. So. Das ist gar nicht mal so einfach. Eine Wand. So. Und auch hier noch eine Wand. Stimmt, das wird definitiv so komisch sein. Und komisch bleiben. Kann ich gar nichts ändern, weil ich kann es drehen, wie ich möchte. Ich kann es auf einer Seite so lassen. Auf der anderen Seite wird es dann halt gedreht. Ist ja wurscht, oder? So, schauen wir mal. Wie schauen wir aus? Es ist Stockfinstrenacht. Sieht man eine Insel im tiefsten Nebel? In der Tat. Rüber da. Rüber da. Ganz hart in die Richtung. Da ist eine Insel. Noch mehr in die Richtung. So vielleicht gleich. Und paddeln. Eine große Insel noch dazu. Mit einer weiteren Hoffnung, dass wir endlich Schmutz finden. planche, 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 planche. Eine sehr große Insel sogar. Vielleicht kann ich da ein bisschen schräg noch. Und Ankerlichten. und Segel, Segel. Segel einfahren. Hallo. So, geht ja. Passt. Wir sind an Land. Ich habe keine Ahnung, ob das so ungefähr passt. Aber das ist schon mal okay. So, wir müssen was trinken. Ja, ja, ich gehe ja schon. Meine Güte. So. Und Prosti. So. Bist du jetzt zufrieden? Passt. Salzwasser. Und rein damit. So. Und befüllen. Und Salzwasser. Ich glaube, jetzt kann ich mir eine zweite Flasche bauen. Upsa. So. So, bitte, lieber Raftgott. Gewehre uns. Hat sich das jetzt nur so angehört oder hat der Hai was angeknabbert? Hat sich nur so angehört, ne? Okay. So, nochmal. Bitte, lieber Raftgott, schenke uns endlich Schmutz. Wir wollen es dreckig. Das hört sich falsch an. So. Nice. Hungrig sind wir auch noch. Ich muss mich kurz vor dem Ballast befreien. Ballast. Von dem Ballast. Dann die Axt muss gewechselt werden für die Palmen. Unser Werkzeug. Ich würde sagen, das mache ich mal kurz hier rein. Aus dem Schrott muss ich noch warten. Da möchte ich gerne noch einen neuen Hacken, ein neues Häkchen bauen. Da fehlen mir noch zwei Schrottteile. Das heißt, der Schrott kommt mal hier hin, die Blanke kommt mal dahin, das kommt mal hier hin. Auch der Nagel, auch das Ding hier und auch das hier. Flossen muss ich auch basteln und eine neue Sauerstoffflasche. Okay. Okay. Dann schauen wir mal rauf, ne? Wir gelangen nicht dorthin. Das ist zu knapp. Ich brauche Balken. Ich müsste das Ganze hier noch ein bisschen höher bauen dann später. Die Balken waren jetzt hier. So, die brauche ich mal. Gibt es hier noch irgendwelche? Da haben wir noch ein Fässchen. Ich sammle das mal kurz ein. Weil ich brauche jetzt viele Planken zum Bauen. So, tapsel, 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 tapsel. So. So. Jetzt haben wir alles, ne? Gut. So, also wieder Ruf. Essen muss ich auch, sehe ich gerade. Das passt mir eh gut. Oh. So. Gut, dass ich mal nachschaue, ne? Auch hier brauche ich Planken. So, meine Insel. Die Insel ist auf der Seite. Ich habe voll den Plan. Dann müsste ich hier nochmal rauf. Ein Stöckelein höher. Auf die Seite. Und hier. Oh, ruck, ruck. Hier noch rüber bauen. Ah ja, das geht ja natürlich nicht, ne? Da geht nur das. Hier raus. Dann bauen wir es halt so. Das passt mir eh ganz gut. Dann kann ich gleich hier hoch. Ganz hoch, ne? So, und jetzt so. Müsste dann klappen, ne? Ja, ich bin ganz oben. Das ist schön. Dann schauen wir mal, was wir hier haben, ne? Rezept. Fischeintopf. Den hatten wir, glaube ich, schon. Aber ist egal. Aber, wie es ausschaut, wieder eine Insel, wo kein Dreck ist. Jetzt muss ich dann aber schon bald weinen. Es ist eh gleich. Ich muss jetzt eh mal zurück. Weil ich für nichts mehr Platz habe. Und zwar, hier kommt der Kunststoff mal rein. Zack, 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 zack. Die Metallbaden. Das kommt, äh, mal kurz hier hin. Das Bolzen kommt da hin. Die Blanken lasse ich jetzt auch mal da. Auch den Schrott und den Nagel. Das lasse ich kurz hier. Das lasse ich kurz hier. So, jetzt haben wir Platz. So, dann wieder der Aufstieg. Da. Alter, ich kenne mich bei meinem eigenen Schiff nicht mehr aus. So. So. Hoh, rück. Hoh, rück. Hoh, rück, 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 rück. Und, zack, zack. Bäm. So. Wir fangen von ganz oben an. Nehmen wir die Blümchen mit. So. Haben wir Platz? Schon wieder voll. Alter. Aha. Ich werde mal die Rübe kurz wegessen. So. Gut. Wenn wir schon mal hier oben sind. Ah. Haben wir blaue Blümchen. Ja, dann sammeln wir gleich mal die ganzen blauen Blümchen und die schwarzen Blümchen hier ein. Rote Blümchen habe ich aber zu. Sämling hat nicht Platz. Okay, muss ich aufpassen. Aber die weißen, ne? Weiß, ja. So. Einmal hatten wir eine Insel, ne? Ein einziges Mal hatten wir eine Insel, wo es Schmutz gab und jetzt nie mehr. Als ob das rausgepatcht worden wäre, ne? Voll arg. So. Da ist mein Flößchen. So. Ein Seedang noch schön elegant mitgenommen. So. Die Blümchen kommen hier rein. So. Schön die Ordnung. Fein. Die Sämlinge haben wir da drüben. Da muss ich dann jetzt, wie gesagt, auch mal eine bessere Truhe bauen, damit diese kleinen Truhen hier mal weg können. Dann, wo war die Kiste mit dem Rezept? Hatte ich sowas überhaupt? Ich glaube schon, ne? Ich habe es vergessen. Nee, nicht zumachen, aufmachen. Warst du hier? Nee. Ich tue das Rezept mal ausnahmsweise da rein. Das Mampfi-Mampf tue ich da rein. Metallspeer haben wir sogar noch ein kleines bisschen übrig. Aber so passt es mir jetzt schon mal. So. Ah, Metall. Halt. Ah, ich Planken habe ich eh genug. Warte. Metall. Schmelzi. So. So, 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 so. Dann essen wir mal hier die Kartoffeln. Ich habe ja da jetzt keine mit, ne? Nein. Wurscht. 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 So, einmal geht's noch. Dann muss ich schauen, dass wir mal ordentlich was essen. Heureka. So. Die Axte im Walde. Zack, zack. So, der ist mal weg. Wo ist das zweite Bäumchen? War hier um nicht noch eins? Nope. Die Blümchen hier könnte ich dann... Ach, die nehme ich zum Schluss mit, glaube ich. So, dann machen wir hier. Zack. Platz habe ich? Ja. So. Kokosnüschen. Hoffentlich gibt es ein Sämling. Jawohl. Ein Sämling haben wir schon mal. Das ist gut, gut. Aber Platz? Ja. So, die Blümchen nehmen wir mit. So, das haben wir auch. Den nehmen wir auch mit. So, passt. Haben wir auch abgeholzt. So, von hier aus sind wir mal fertig. Hupp. Oh, ruck. Na. Du, raus da. Das war knapp. Ich habe ihn schon gespürt beim großen Zeh. Hui. So. Gut. Wieder dasselbe Spiel. Die Blüten kommen hier rein. Hier kann man eine Palme pflanzen. Eine Kokospalme. So, mit Wasser. Ich nehme mal einen Schluck. Mistviech. Da kommen wieder die Siemlinge rein. So. Und. Der hat nicht Platz. Achso, ein wenig darüber. Jetzt hat er Platz. Jetzt hat er Platz. So. Apropos Rübe. Und Gutes. Würde ich sagen, bewässern. Für mich zum Trinken. Eins, zwei, drei. Passt. Mit Salzwasser. Und. Shit. Shit. So. Passt. Sehr gut. Hier machen wir die Flasche gleich wieder voll. Und tun wir wieder mit Salzwasser. Und der Partys wieder zu Ende. Und ich habe schon wieder nichts zusammengebracht, außer eine neue Insel zu finden. Na gut. Was soll es, ihr Lieben? Dann war es das wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.